oh yeah okay guys heute ist der tag letztes mal wakeboarding für dieses Jahr Alright, das Board ist auf dem Dach. Tja, was werde ich damit machen? Heute wird es ein bisschen special. Ich werde mit dem Surfboard auf die Anlage gehen. So, es ist jetzt Zeit, das alte Frankreich-Relikt hier in Deutschland auszuprobieren. Es ist Zeit, ich bin sehr nervös. Ich bin sehr nervös. Es ist vor drei Wochen, zwei Wochen? Zwei Wochen, oder? Ja, zwei Wochen ungefähr. Ich bin gleich dran, ich bin sehr aufgeregt. Die Leute gucken schon. Auf jeden Fall, ich habe Angst. Aber ich glaube, es könnte funktionieren. Es wird ein super Mann das jetzt schon. Du bist gleich dran, gell? Let's go! Glockenzeichen Ich bin sehr ruhig. Ich bin sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal.